Ooi! Da seh'n wir eine mit Scholle gestellte Stimme! Leck mich! Nee, weiter red' ich nicht! Hey, wir noch jemand! Wo, wo? Wo? Nein... Warte kurz... Warte kurz... Danke. Ich guck' jetzt, ob wir noch eins finden... Martin, du darfst nicht mitmachen? Ja, haben wir noch jemanden von außerhalb? Haben wir noch Touristen da? Wer? Wer? Nee, von der alle dürfen nicht mitmachen. Das sind unsere Freunde dann. Ganz ehrlich. Völkerverständlich. Aber ich hab noch einen von der Matze da hinten. Von der Fußballer. Moment, Matze. Gebt mir du jetzt Vollgas noch beim Brummeln. Du sollst einfach nur Mut machen, aber richtig laut. Uuuuh. Uuuuh. Hop. 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 Schalalalalala. 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 Nikola! Tuchmalverker. Wie ist Kassios. Tuchmalverker. Gönnetsiz Kassios. Tuchmalverker. Wenn mich die Kerbe. Scheiß Eis und Palt. Gönnetsiz Kassios. Hochsteulele. Es ist Kerbezeit. Hochsteulele. Es ist Kerbezeit. Uuuuh. Hochsteulele. Und alle Mädels hoch. Auf geht's. Alle Mädels. Auf geht's. Auf geht's. Champagner, der hier trinkt Pfälzerwahl, ihr seid in keinem Yachtclub, sondern im Pfälzerwaldverein. Scheiß auf Soundtropé, denn auch auf dem Seehof wird man gewandt, du singst nicht an der Oma, du dirigierst den MDV, ihr seid die Mädels aus dem Tal, einfach phänomenal. Ihr macht die Jungs total verrückt, aus unserem Herzen acht Jahre, von Erlund auf den zweiten Tal. Sowas wie euch gibt's nicht noch nix, ihr seid von Null durch Grund. Sehen, drei, drei, zwei, zwei, drei, drei. Vielleicht hört er uns immer laut genug, mitzingen, hört er uns bis hin. Kennen wir das Nitzel? Ja, ja. Ja, ja, ja. Kannst doch du, wenn es bist. Niedenlernen. Ja, komm, du, 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 komm. 9 und 3, 4 oder 9, 4 oder 9, denn mein Magen deckt nur. Es gibt nur einen, der mir jetzt helfen kann. Auf alte Mühe, bitteschön, sagt er der freundliche Mann. Gott sei Dank nicht besetzt, der Trageramt braucht nicht lang. Auf geht's! Er hat 100 Millionen Schnitzelversionen. Endlich dürfen wir uns ja wieder mit 10 Personen ohne Probleme treffen. Das Problem ist nur, wer kennt schon 10 Personen ohne Probleme? Du nicht, oder? Ein Scheißtreten doch mal! Drei G's genießen, gesund und geimpft. Ein Scheißtreten doch mal! Hab ich ein riesen Problem damit? Ich weiß jetzt gar nichts, bin ich ein Genesener, der vorher noch nicht krank war? Oder bin ich ein Gesunder, der krank merkt? Oder bin ich ein Genesener, der gar nicht weiß, dass er krank ist, weil er sich gesund fühlt? Oder bin ich ein Genesener, der gestranken ist, damit er genesen, wer er kennt? Oder bin ich ein Geimpfter, der jetzt gesund ist, wo vorher niemals krank war? Die Lage ist besäuft, ist erregend! Nein, das ist so, dass er nicht mehr geht. Was ist das, dass er nicht mehr evaluations hat? Wenn ich ein Geimpfter, der sich glaube, dann muss er denn, wenn es nicht mehr working hat. Das ist ja, wenn ich weiter schreie, wenn ich weiß, dass er nicht mehr keine Ahnung hat. Aber wenn ich viel Spaß tun habe, war es nicht mehr über das Eindlich nicht. Oder wo dann passiert es nicht mehr.